Und jetzt wir! 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 Moment, Moment, Moment! Das ist uns so wichtig! Wir wissen schon, alles wichtig im Kleinen! Die zwei Damen aus Russland und Polen, die sind komplett verschwunden gerade, weil sie denken so, Hä? Schlager! Schlager, es geht! Aber, just to tell you, that's one of the better Schlagers, actually, because it's an evergreen or something. You know, it's not the typical Schlager, not the Helene Fischer thing. It's more like a man who tells a story. You may continue! Wir halten! Oh, ohne Rhythmus, ohne alles! Without rhythm, without, you know, we're playing it! Woh! Oh, 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 oh! Also, die Dieter Thomas Kuhn Version ist natürlich auch geil, ne? Das muss man schon sagen. Dieser Thomas Kuhn aus Typing! Typing! Ja! Warum bist du so hügelig? Kennst du den Song auch? Ja, wunderbar. Wir haben natürlich noch einen Song. Was, Revan? Ich sag hier, wenn es losgeht und nicht du. Okay.